Das ist alles erlogen. Wie gesagt, die Kumpel hat unsere Meinung. Komischerweise behauptet dieser Missionar, ach Isam, verschweigt euch die Wahrheit und liest dann den nächsten Absatz und somit ist alles authentisch? Aber auf derselben Seite, die er benutzt, was er angeblich gelesen hat, steht weiter. Sobald ein oder zwei der Fragmente gefälscht waren, wissen sie, dass sie wahrscheinlich alle gefälscht sind, weil sie aus denselben Quellen stammen und im Grunde gleich aussehen, sagt erst ein Justness, ein Forscher. Und überprüft man weitere Berichte von den Forschern, dann stellt sich heraus, dass diese Koranrollen Fragmente enthalten, die sogar tausend Jahre älter sind als die heutigen biblischen Texte, die wir heute haben. Sie enthalten sogar Teile der Sektor hinter der griechischen Bibelübersetzung, wie auch Teile aus dem sogenannten Jeremia-Buch des Alten Testamentes, welche in der heutigen Bibel übereinstimmt. Ich dachte, du zitierst von der Quelle, die Isam genannt hat? Aber das ist kein Bericht aus dem Artikel, sondern von bibel.de. Wieder beim Lügen erwischt. Ich stimme, Forscher bezeugen sogar, dass das ein weiterer Beweis dafür wäre. Ich glaube für dich, um genau die Schriftsteller der Bibel Informationen weitergegeben und überliefern. Wir werden noch sehen, ob es unverändert und gleich geblieben ist. In den Höhen rund um Kumran entdeckten Schrifträume von Totenmeer, die gehören zu den bedeutendsten Schriftfunden der Archäologie und enthalten die ältesten Versionen der hebräischen Bibel und anderer jüdischer Texte aus der Zeit Jesu. Die Missionare benutzen veraltete Artikel. Ein Artikel aus dem Jahr 2022 sagt folgendes. Bei der Jesaja-Rolle wird schnell klar, dass mehrere Schreiber am Werk waren. Es gibt viele Spuren von Nachbearbeitung und Korrekturen. Die Forschung vermutet, hier sind nicht nur Kopisten am Werk gewesen. Die Schreiber sind zugleich Autoren, weil sie auch immer wieder inhaltlich eingegriffen, ergänzt oder ganze Passagen weggelassen haben. Autsch. Ich glaube, das nennt man Update. Warum sollte man etwas ergänzen oder Passagen weglassen? Noch dazu. Kufrpur, die Geschichte mit den Jungen, dass er dies gefunden hat. Die Jesaja-Schriftrollen wurden am Totenmeer gefunden. Das sind die Schriftrollen am Kumran. Und die wurden ironischerweise von einem Hirten namens Mohammed gefunden. Sagen die Experten, das ist eine unglaubwürdige Geschichte. Wie Kufrpur gesagt hat, Deborah und die restlichen Missionare da hat. Der Herr Jesus Christus. Ein Ohrfeige bekommen. Damit hat Gott bewiesen, dass seine Bibel nicht verfälscht ist. Denn der Text ist absolut zuverlässig überliefert worden. Das kann jeder von euch nachschlagen. Guckt euch das mal bitte an. 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 Vielen Dank.